Mit weiteren Bildern und Animationen gibt Lexus nun einen Ausblick auf einen vollelektrischen Sportwagen der nächsten Generation. Als Vorbote einer batterieelektrischen Modelloffensive wurde das Modell am 14. Dezember 2021 von Akio Toyota, Präsident der Toyota Motor Corporation und Gründer von Lexus, vorgestellt und nun haben wir weitere visuelle Eindrücke für euch. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Das neue Sportmodell soll Teil einer ganzen Reihe von batterieelektrischen Fahrzeugen sein, die Lexus bis 2030 im Rahmen seiner Lexus Electrified Vision auf den Markt bringen wird. Die Premium-Marke will das Potenzial der Elektrifizierung voll ausschöpfen und so Kunden ein neues Maß an Fahrspaß bieten. Die Lexus Driving Signature soll dabei ein einzigartiges Fahrerlebnis bieten. Fahrkomfort kombiniert mit einem Lenk-, Gas- und Bremsverhalten, das perfekt auf die Absichten des Fahrers abgestimmt sein soll. Mit den markanten Proportionen und der modelltypischen niedrigen Fahrzeughöhe symbolisiert der neue Sportwagen die Zukunft der Marke Lexus und lässt gleichzeitig den Geist des legendären Lexus LFA wieder aufleben. Das war damals ein zweisitziger Supersportwagen, extrem schnell und leider auch teuer. Doch zurück zum neuen Elektro-Boliden, denn der soll noch schneller sein. Der Sprint von 0 auf 100 kmh soll im niedrigen 2-Sekunden-Bereich gelingen. Dank einer Feststoffbatterie soll die vollelektrische Reichweite bei mehr als 700 km liegen. Aber ansonsten sehen wir hier zunächst erstmal einen virtuellen Sportwagen, der so 1 zu 1 auch in Grand Tourismo 7 zum Einsatz kommen könnte. Neben dem Sportwagen sehen wir aber auch ein Modell mit vier Türen, ein Kombi, ein SUV und vor allem ein rein elektrisches Cabrio-Modell auf der Basis entstehen. Damit dürfte Lexus in den nächsten Jahren für fast jeden potenziellen und vor allem auch zahlungsfähigen Kunden das passende Fahrzeug im Portfolio haben. Was für ein Modell wünscht ihr euch? Schreibt uns eure Wünsche und vor allem auch die Meinung zu dem Sportwagen doch gerne in die Kommentare. Das war Electric Drive. Bis zum nächsten Mal.